Musik Ich bin ja froh, dass wir heute hier unseren dritten Markttag feiern dürfen, am Ostagsamstag in 2013. Wir haben über den Winter hin fünf neue Marktguten gebaut, die gut angekommen sind. Und unsere Ausstellerzahl ist gewachsen. Wir haben jetzt 20 Aussteller heute. Besucherzahlen, trotzdem Wetter, sind in Ordnung. Jeder Marktteilnehmer, mit dem ich gesprochen habe, ist zurzeit zufrieden. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin die nächsten Jahre diesen Markt hier in Haus durchführen können. Wir haben heute einen vielfältigen Markt. Das war mein Anliegen, dass wir keine Gewerbeausstellung haben, dass wir einen wirklichen Markt haben, wo man sich ein Brot kaufen kann, eine Wurst kaufen kann, einen schickten Käse kaufen kann. Natürlich sind wir froh, auch hier bei Klingers im Lärchenweg die Marktscheine zu haben. Weil in der Marktscheine ist es halt geheizt. Dort haben wir ein bisschen Musik, haben eine Theke. Dort ist es gemütlich. Und daher lohnt es sich, egal bei welchem Wetter, hier nach uns nach Hause zu kommen. Und jetzt eine Ulf Rehra Bonn-Wisse-Wasser. Die läuft schon. Alles fertig. Achso, der trinkt. Prost. Wie bist du? Was ist da vorne? Vielen Dank.